Die Industrieversicherungen zeichnen sich aus durch einen hohen Individualisierungsgrad und hochkomplexe Produkte. Um die Angebotserstellung und Polisierung optimal vorzunehmen, muss die Technik dahinter stimmen. Mit CONSOR Universal halten Sie die richtige Software dazu in Ihren Händen. CONSOR Universal ist speziell für Industrie- und Spezialversicherungen entwickelt worden, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Branche. Mit seiner mächtigen Design-Engine kann CONSOR Universal Versicherungsprodukte umfassend von A bis Z modellieren. Dazu gehören nicht nur das Wording des Versicherungsprodukts, sondern auch die Geschäftsregeln, die Prozesse, die Preiskalkulation und natürlich auch der Output sämtlicher Druckstücke. Bei CONSOR Universal werden die Versicherungsprodukte ohne Programmierung definiert. Dadurch ist die Software extrem flexibel und erlaubt es, rasch neue Versicherungsprodukte auf den Markt zu bringen. Auf der Underwriting-Plattform führt der Underwriter sämtliche Geschäfte aus. Risikoprüfung, Angebote, Angebotsvarianten, Policen, Nachträge oder Anmeldungen. Die Software stellt sicher, dass sämtliche Geschäftsfälle den Compliance-Richtlinien entsprechend und rechtlich korrekt erstellt werden. Die Daten werden zur weiteren Verarbeitung an den Policy-Manager übergeben. CONSOR Universal bedient die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen. Partner, Inkasso, Schaden, Archiv oder Rückversicherung. Den Managern steht in CONSOR Universal eine Fülle von Informationen zur Verfügung. Sie können die umfassenden Daten auswerten und damit die Unternehmung steuern. CONSOR Universal bindet die unterschiedlichen Stakeholder wie Broker, Kunden, Vertriebspartner und Underwriter in ein digitales Ökosystem ein. CONSOR Universal – die Underwriting-Plattform für alle Versicherungsbereiche mit hohem Individualisierungsgrad.